Moin Leute und herzlich willkommen zu Mario Party, heute dabei mit den lieben Tiltendo. Moin Leute, was geht ab? Boah, heute ein bisschen Mario Party. Mal gucken, ob das Spiel dieses Mal wieder ziemlich Betrug-Haptik gegenüber mich ist, oder ob ich das auch einmal eine Chance habe, ohne Betrug zu gewinnen. Was ist denn eine Chance, der Herr? Das Spiel kennt keine Chancen. Nee, abends, ich kenne nur Betrug. Hauptsache, es ist nur Betrug da. Player, you will be Player 2, oh mein Gott. Yeah, ich bin Player 1. Ihr hättest gedacht, nee, ich bin Player 5. Ja, das geht schon mal ziemlich gut. Nur 1, ja, guck mal, eine Bier. Nee, ich kaufe nichts, am Anfang nichts. Oh Gott, ey. Hätte ich keine 2 bekommen können. Get as many targets as you can with your bow. Du weißt schon, du wirst es wahrscheinlich eine Stunde lang aufnehmen, ne? Ja. Das war meiner. Guck mal, ich bin hier einigermaßen... Ey! Was? Scheiße, jetzt kommen sie sehr schwierig. Ey, jetzt war meiner. Ja, ich hab schon... Ich hab verloren hier, das ist... Ja, komm. Mhm. Ja, bist du erst an mir... Hallo? Lass mich überhaupt mit dem Alter auf dem Alter... Ja, ich kann natürlich nichts, oder? Wohin soll ich was kaufen? Appala, da bin ich auch erst hinbesprochen. Ja, Magic Lamp. The Lucky Lamp. Weil wir machen werte, ich sorg dafür, dass ich den Stern umtauschen kann. Äh, öh. Hehehe. Da lachst du, da lachst du. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Du bleibst so oder so auf dem blauen Feld. Ja. Aber ist mir gerade auch aufgefallen. Cast away. Ah, diese Schweine. Muss man Schweine angeln? Die kleinen Schweine, die bringen mehr Punkte. Aber das Ding ist... Ui. Junge, die fette Schweine... Die fetten Schweine sind alle im... Die fette Schweine. Das ist doch die Wahrheit. Alter. Junge, bei mir sind so drei fette Schweine... Biom. Die nicht reingehen. Ja. Ja, okay. Oh, ne sechs. Ne sechs. Ne sechs. Ja, eher nach oben zu gehen. Ich bin so blöd. Gut, damit bin ich wieder bei 22 Münzen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, now. Item, Space. Item. Ah, okay. Das ist doch nicht. Wie hast du das gerade gemacht? Oh. Oh. Ach, nö. Boom. Scheiße. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Nein, nicht mich. Nicht mich. Aber. Scheiße. Also, ich bin eigentlich gar nicht immer so gut. Oh Gott, bitte. Mann. Ja, komm, ich komm auf Item. Ich komm auf Item. Danke. Oh. Oh. Das ist ein Game. Da muss ich wohl die richtigen Pitten. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ein Ding. Ah, danke. Das ist sehr hilfreich, Mofflase. Hm. Hm. Oh. Boah, ich bin ein bisschen erkältet, ne? Oh. Ice Boat Ways. Ah, wie schön. Da geh ich in den F5-Modus. Das ist mein. Heute ist der Betrug echt auf deiner Seite, ne? Wieso das denn? Da bist du jetzt ziehlich. Oh, oh. Mofflase, geh weg. Alter, es leckt bei mir ein bisschen. Ja, es leckt auch bei mir ein bisschen. Das gibt es nicht. Du bist vorne. Boah, Schneider Drift. Super schön um die Kurve gekommen. Aber ich nehme mich nicht gerade. Nein. Alter, Mofflase, geh weg. Boah. Ja. Ja, ich hab das noch geholt. Ich hab das noch geholt. Also einer wird heute natürlich hier leiden, oder wir leiden beide. Entweder, ich mach auch richtig dreist, geh jetzt zum Casino und gewinne und in der nächsten Runde, wenn du das verkackst, den Sternenpolizei umändern. Oder, ich, weißt du was, ich mach's richtig dreist. Ich geh ins Casino. Du darfst so nicht hochwürfeln. Ja. Okay. Okay. Oh, Gleichstand. Ähm. 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 Ich glaub, ich glaub, ich tu nicht noch mal. Ja. Wieso? Ich check das im Casino. Das ist mir bitte einmal auch, weil dieser, dieser Dingens. Ich check das, ich verstehe nicht, weil ich falsch gemacht hab, ne? The Big Blast. Oh, der explodiert. Stabletrug, hä, letzten fünf Runden? Wie viele Runden haben wir eingestellt? Zehn. Oh. Ja, egal. Geht für, geht fit für ne Folge. Ja, mehr Chance-Time. Mehr Chance-Time. Oh, oh. Ah, danke. Ich hab mal meinen Zott, ich Münze wieder bekommen. Äh, was mach ich jetzt? Oh, okay. Hä, kommt kein Minispiel? Nee. Wir haben da, ich hab mal würfeln. Egal, äh, lucky. Diese, äh, Final Five, äh, Turns kommt immer davor. Okay, ich würd sagen, ich geh aufschauen. Du siehst so klein aus, wenn ich ranzumme, weil, äh, halt die Umgebung hier total groß ist. Die Umgebung ist hier so nice, ey. Alles mit Blöcken nachgebaut. Ah, okay. Och, das ist mir egal. Wenn mein Verständnis hinter dir ist, ist schon mal sehr wichtig. Du mieses. Nee. Oh. Scheiße. Ja, Chance-Time. Ich könnte es... Ja, ja, ja. Das ist gut für mich. Mann. Weg hier. Ich hab's komplett verkackt. Ich hab's komplett verkackt. Alter. Alter, wo ist das? 17.000. Alter. 17 Sekunden. Was ist Position des Dice? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, was machst du? Ey. Da bin ich auch nur vergiftet wegen dir. Ich geh nochmal auf Chance-Time. Ich muss dir die Münzen wegnehmen. Alter. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Du kriegst mich von mir ein. Besser. Bitte. Bitte. Du kriegst mich von mir ein. Nein. Nein. Ach man. Der Stern, der ist so nah. Ich riech ihn schon. Und ich komm einfach nicht dahin. Ach so. Das da. Dizzy Danzy. Oh, besoffen sein. Mein Game. Wo Warplayz mich schon ein paar Mal geschlagen hat. Auch in echt. Warplayz. Dein Game. Ich bin echt mal geschlagen, ey. Nein. Bist du schon da rum? Äh. Nein. Jetzt kann ich dich irgendwie nicht verhindern. Alter, das wird immer schwieriger. Könnten die Dinger mal anfangen fetter zu werden? Scheiße, scheiße. Ja, genau. Jedenfalls verkackt haben. Nein, ich hab's auch verkackt. Du hast noch eine Chance. Alter, ich verkack's nochmal. Boah, mein Kopf. Kopfschmerzen ist fuck. Alter, man kann nichts mehr einschätzen. Kann man auch nicht. Das ist alles zu viel Besoffenheit. Ich denke, der Alkohol ist nicht gut geworden. Ja. Warum musstest du denn so viel trinken? Vielleicht ist es noch fetter. Komm. Jetzt aber. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh Mann. Ja, tisch. Wir haben's noch. Wir waren auch nie in dem Moment, wo der Fick geworden ist. Strong time. Strong time. Strong time. Voll fast. Alkohol müssen hier für auf. Hier für Bildung sorgen. Komm, ne eins, ne eins, ne eins, ne eins, ne eins, scheiße. müssen hier für Bildung sorgen. Alkohol ist nicht gut. Ja, genau. Da steh ich direkt. Ach, ich bin tot. Ja, nein, nein. Ist eigentlich ganz schlecht. Doch, was blieb. Wah, ich hab dich nicht gesehen. Ich springe auch noch da rein. Ja, ich springe auch noch da rein. Ich springe auch noch da rein. Scheiße, das ist ein Problem. Ja, der letzte Minigame, die letzte zwei Runden. Ach. Aber was soll ich gehen? Auf Item oder auf? Was weiß ich. Ich muss auf die Bundessterne gehen. Da bleibt mich übrig. Bundessterne müssen kommen. Mhm. Ich dachte, ob das so unentschieden bleibt. Ich muss blau mehr für Triple Dice. Es ist verloren. 1-0. Blau. Außer lande jetzt noch auf Kong-Time. Auch nicht so ein dopes Mob-Plays-Game. Wenn du Hühner schlagen, kriegst du das Mob am besten. Die Hühner, die sind künstlich hergestellt. Das sind keine echten Hühner. Echte Hühner? Das sind keine echten Hühner. Die sind künstlich hergestellt. Alter, so wie bei Jurassic, ne? Alter. Du kommst nicht in Jurassic Park, in Jurassic Coon. Jurassic Coon. Jurassic Kicken. Du hast gewonnen. Ich konnte auch nicht mehr... Ähm... This is the final turn. A turn. Turm. Ohne 10. 10. Tune, 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 tune. Ich kann auf Kong-Time gehen. Ja, mach das. Also ich kann jetzt den Stern zurückbekommen. Macht er das? Nein. So viel Glück hat er nämlich nicht. Ha, ha, ha. Ne 9. Du landst auf Bowser. Du musst einen Stern fallen. Hast du auf Bowser überhaupt? Ne, du landest auf Chance-Time. Ja. Gib mir bitte einen Stern. Das gibt es... Das gibt es... Yo. Ich hab Glück gehabt, weil du keines hattest. Ich hab da Player 2 zuerst gelesen. Ja, die Reste... Die letzte Runde, ne? Okay. Du machst einen Speedrun. Ja. Okay. Wenn der letzte Sprung jetzt nicht so assihaft ist, hast du schon gewonnen. Aber wenn... Oh, ist noch untergefallen. Ja, okay. Also ich muss nicht die Kuh für Min... Äh, für Bundessterne, ne? Du kannst gleich sehr viele Formen holen, aber... Ich hol's nach. Ah, shit. Ich weiß eh schon, wer der Gewinner ist. Ich? Warte mal. Wenn ich die nächste Zahl bekomme, ne? Dann hab ich mehr Minze gewonnen. Coinstar ist meins. Ja, das deins. Und das andere ist auch deins. Du hast gewonnen. Oh, wer weißt du das? Ich glaub, das ist auch deins. Ich hab halt fast jedes Spiel verloren. Guck. Ich hab gewonnen. Ja, ja. Durch mehr Minis, durch mehr Münzen. Der Win of the Game is more plays. Nein. Guck mal. Der Teufel verliert nie. Ach, der Teufel verliert nie. Äh, so. Du hast nur wegen die Münzen gewonnen. Ich weiß. Guck mal. Wir haben jetzt eben 10 Runden gemacht. Dann spielen wir jetzt 20 Runden. 20. Wir nehmen jetzt einfach, wir nehmen jetzt, wie ich sag. Gut. Castle. Charakter auswählen. Perfekt. Äh, ich bringe mich wirklich vor Staubschützen. Perfekt. Und Spiel starten. Ich bin Player 1. Und die Würfel 1. Tja. Du bist Player 2. Du willst nur 4. Warte mal. Hast du mich eben nicht 4 gewürfelt und ich hab nur 1 gewürfelt? Ja. Jetzt geht es genau anders herum. Auf den Kontrollen. Was ist das? Und die scheiß, ähm, Mood Brids. Wie macht man das? Weil, was ist das? Keine Ahnung. Du kannst den Modus machen, indem du eine Wasserbottel und Dirt benutzt. Ah, ich weiß wie. Seit wann stehen da Tipps? So. In Chat stand, äh, Tipps. Waterbottle und Dirt? Ja. Oh mein Gott. Ich glaub, Waterbottle ist nur 3 Dinge, oder? Werden wir gleich herausfinden. Ja. Du brauchst immer einen Ofen, ne? Ja. Und Kohle. Ja, ich hab beides. Ja. Ich, Idiot, hab ich... Ah, wie schön. Du hast mit meinen Fehler nicht gesehen. Okay. Okay, 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 okay. Let's go. Oh, Sand, wo? Haben wir überhaupt Sand? Ja, haben wir. Okay. Natürlich haben wir Sand. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich hab's wegfällig, ne? Warum hab ich Eisen geholt? Hab ich auch am Anfang gemacht. Oh Gott. Weil das ja Glas ist. Komm, schneller, 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 schneller. Ja, okay. Oh Gott. Hab das Liebes verkrackt. Warte, ich hab gleich... Wasser, Wasser, Wasser. Hä? Wie macht man das? Da, 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 da. Ich hab's. Nein. Alter. Das gibt es nicht. Das war so knapp. Ja. Ja. Alter, das war ein Problem. We need the key to go to the gate. Ich hab keine Ahnung, ich hab irgendwas gehofftet. Und ich hab irgendwie irgendwie Muster gemacht, oder so. Keine Ahnung. Dann hatte ich das auch einmal. Junge, wir beide am Anfang einfach bei... Jetzt mal Eisen geholt haben. Ja, ja. Das ist so lächerlich, ne? Soll ich jetzt nichts mehr Spiel eh gewinnen werde, würde ich sagen. Lucky Lamb. Sicherheit. So. Ja. Oh Gott. Was hast du gesagt? Alter. Das ist so mein Geld. Nein, der Holzblock ist runtergefallen. Das gibt es nicht. Come on. Ha. Ja. Ja. Wo ist deine Insel eigentlich? Ja, dort hinten. Hallo, my face. Und wie geht's dir dort hin auf deiner Insel? Gut. Gut, 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 gut. Okay. Gut, gut, gut. Gut. So. Come on, come on. Bei mir läuft das gerade auch ziemlich gut. Ja, ja. Ja. Hat das in Lava reingefallen? Nein, warum? Was weiß ich. Ich bin nur Gewinn. Ich weiß, was du jetzt machst. Ja. Glück haben. Glück haben. Glück. Glück haben. Glück haben. Glück haben. Nein, nicht Glück haben. Nein. Nein, die bin ich. Mann. 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 Malte, Mobflase. Du weißt, du hast noch nie gewonnen. Noch nie. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Schneller, schneller, schneller. Mann, nein, bau doch. Nein, Mobflase. Aus, 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 aus. Ja, doch, neun, acht. Ich habe schon so viel verloren. Nein, nein, nein. Das ist mir sowas von egal, ne? Ja, Schatz. Wir sind ziemlich nah, ne? Quapf doch, du scheiß Ding. Huch, huch, huch. Huch, huch, huch. Mobflase, kannst du bitte weggehen? Ne. Das ist, äh, nicht. Kannst du bitte. So, ich habe dich im Auge. Weggehen. Ich habe dich jetzt im Auge, ne? Ich habe dir sowas von im Auge bei mir. Äh. Joa. Komm, komm. Mobflase, geh weg. Nein. Nein, das gibt es nicht, als ob du mich getroffen hast. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich habe mich getroffen, auf jeden Fall. Oh, fuck. Komm, komm. Oh, fuck. Ja, du hast gewonnen. Kein Bogen mehr. Ich glaube dir noch, ne? Ich schwöre es. Ich glaube... Ne, kein Bogen. Bogen hat man immer, aber halt das andere nicht. Bogen hat man nicht immer. Bogen hat man nicht immer. Man hat nur drei Stück. Komm, komm. Eins. Doch, mir fehlen nicht mehr so viele. Mobflase, du bist so ein... Bitte, Mobflase. Whisky. Nein. Oh, Mann. Oh, Gott, ey. Das klappt mir nicht einfach so ein Stern, oder? Geh weg von meinem Stern. Das ist mein Stern. Eins, zwei, drei. Egal, du hast eh nicht genug Geld. Mal gucken, was ich hier bekomme. Und das ist... Nix. Was, hä, ne? Da erholt er den Stern. Angenehm. Aua. Erholt er direkt den Jetzten. Das wär's noch. Scheiße. Der war ziemlich dumm, ne? Ich hab mich so verkehrt. Ah, Astrological. Das ist falsch. Ja, du hast richtig. Ich hab irgendwie da Gold... Ich hab irgendwie da Gold gesehen. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab da Gold gesehen. Es war aber kein Gold. Es war kein Gold. Mann. Ihr fühlt alle Münzen beschweren, ich meine nicht. Aha. Ach. Wir haben beide 19, ne? Ne? Egal, aber das kannst du schnell auch nicht leisten. Ach, das da. Ach, nur so ein doofens Muffles-Game, ey. Komm, komm. Ach, geht da weg. Alter. Hör auf. Hör auf. Komm, komm. Komm, komm. Ja. Ey, gib auf. Hör auf. Hör auf. 69 zu 24. Das gibt es gar nicht. Ey. Verdient. Verdient ist Karma, ganz ehrlich. Ach, noch minus drei Punkte. Äh, Punkte. Coins. What can I do for you? Nein. Nein. Du willst mich doch hier... Ich muss dieses Spiel gewinnen. Ich muss dieses Spiel gewinnen. Äh, gewinnen. Oh, nö, ey. Oh, ist ganz einfach. Irgendwie. Okay, okay, okay. Ah, oh. Äh. Ja. Du hast gut ausgewählt. Nee, hier. Hä? Wait. Yes. Okay. So. Das aber... So, jetzt kommt nur noch eine Farbe blau. So, das kommt jetzt irgendwo noch woanders. Ich hab's. Nein, ich war auch so nah dran. Machen. Das gibt es gar nicht. Alter. Weiter geht's, Frau und Menschlein gar nicht zu verschieben. Das stimmt halt. Aber ich hab Angst. Das ist nicht... Das war... Ich hatte so eine Angst. Das war eine Angstsauf. Eine Angstsauf. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Parcourspanik. Ach, nur so ein doofes Moffdate-Game. Angst, sau. Wow, wie schlecht. Nein, ich schaff diesen Sprung grad nicht. Ich hab's first try gemacht. Jetzt aber. Nein. So eine Scheiße. Oh, nein. 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 Jawohl. Jawohl! Ich hab es. Mofflace. Du bist so ein böser Mofflace, ne? Ne, ich bin nicht böse. Ne. Guck mal. Hätt' ja nichts einsetzen müssen. Du hätt' eh nicht geschafft. Ja. Ich stell' mal genau ein. Oh Gott, ey. Soll ich was kaufen? Na, ne. Bin ich gescheuert. 15 Minuten, sag' ich mach's mal aufgeben. Ich hol' wieder meinen Notfall-Lucky-Land. Ach, kauf dir den Stern. Los. Ah, Gott, astar. Gott, astar. Gott, astar. Hallo, Mofflace. Geh weg. Das schon wieder. Diamant, lapis, so, und, so. Diamant, lapis. Nein, das war kein Hammerworld. Wait, Diamant, lapis. Ist das hier? Hä? Diamant, lapis, Kupfer. Diamant, lapis. Nee. Diamant, lapis, Kupfer. Gold? Nee, Gold war nicht dabei. Hä? Okay, mit Emerald. Mit Emerald. Nee, da war ja ein Diamant dabei. Habt's. Ach. Hey. Alter, du kriegst echt kein Geld, ne? Halt, doch. Überhalb, bevor... Och, nein. Oh, noch mal. Laser. Kamehameha. Meeha. Junge, ich hab' 10 Coins verloren. Alter, weißt du, was reint sich auf Kamehameha? Karma. Karma. Ja, Kamehameha. Du hast Karma. Ja, okay. Ja, nur minus 3, minus 3 ist ganz gut. Das kann ich bleiben. Nicht. Ach, wie easy das Leben sein kann. Wie easy das Leben sein kann, sagte da. Gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das wäre... Hast du grad auf mich geschossen? Nee. Nein, bloß nicht, ne? Nein, das hab ich nicht gemacht. Nein, nein. Nein, nein. Hm. Verdächtig hier. Ich bin jetzt nicht der Impostor, ja? Nein, ich bin so dumm. Ich wollte keinen Bogen da auf dich schießen, aber ich glaube, das war wohl nicht nötig. Diesen Pfeil hebe ich mir auf. Das reicht niemals. Ach, mein Fleck, ich soll noch einiges lernen. Junge, bin ich schlecht. Ja. Das sagt er ja. Das sagt er ja. Wie schön, ey. Na, mach ich nochmal dran. Oh ja, was Neues, irgendwas aus dem Team-Chat, oder was? Ah, nee, du hast nur, ja. Oh, scheiße, oh, ich hab mich verkehlt, Mist. Aber jetzt bin ich happy. Ich hab dich so im Auge. Gut, der war auch noch da. Oh, der kam böser an. Die kommen alle so böse an. Kommt die überhaupt an? Ein bisschen. Mach ich jetzt nochmal weiter, sonst kommt keiner mehr zum Sieg. Okay, gut. Ja, rennen. Wie weiterkommen als du, ne? Immer noch. Ja. Okay. Mist, ey. Alter, ich hab mir noch schlecht, vergiss es. Danke. Ja, genau. First Hit, Alter. Du kannst mich mal. First Hit. Ja, ich hab noch ein paar Sachen zur Seite gelegt. Ja, nicht komplett doof. First Hit, sehr wichtig. Und richtig. Und richtig. So. So, muss ich mich nochmal rüber bauen. Alter. Ich hab. Ich hab noch flest. Geh weg. Aus. Alter Lappe. Lass du's doch mal. Guck mal. Na? Und? Macht's auf. Haha. Haha. Sag mal, was soll es dir werden, ey? Frag ich mich? Nein! Was frag ich dich? Kein Bogen mehr? Nö. Oh oh. Du hast kein Bogen mehr. Oh mein Gott. Noch Fails? Ja. War so ein Problem, ne? Ich weiß. Letztendlich leicht aufgeben. Nö. Ich glaub, mann. Oh, soll ich auf dich warten? Okay. Du hast aber keinen Bock mehr zu leben. Versteh ich. Erfolg. Voll. Oh, wenn der jetzt eingekommt. Guck mal. Weg ist wieder ganz. Hahaha. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's abgeblockt. Was? Nein. Alter, nicht nur gekommen. Ich hab's abgeblockt. Ich weiß nicht wie. Ach du schlau. Wie du aussiehst. Du hast einen Fall hinter deinem Leber. Ein Fall. So ein Fall im Gehirn. Ob da irgendwas drin ist, weiß ich nicht. Und dann sind die Falle. Alter. Wieso muss ich hier im Casino reinkommen? Warum? Boah, fast hättest du. Die Runde sieht sehr gut für mich aus. Oh Gott. Ja. What can I do for you? Auf mein Bild, weil du kipparm bist. What can I do for you? Ja. Yo. Hab ich auch noch nicht. Mein Geld. Oh Gott ey. 3, 2, 1, 0. Item Space. Jawohl. Und jetzt, oder? Hey, komm. Kante hin. Hör auf. Nein. Boah. Das ist ja so gut gewesen. Da war irgendwie ein Fünfer-Sprung. Wo ist denn? Ach, ganz da hinten. Yo. Ja. Ähm. Achso, da kann man nur hier rechts. Ja. Da kann man nicht hinkommen. Doch, ich weiß auch schon wie. Auch nicht so ungell. In dem Fall kacke ich immer. Boah. Nein. Nein. Warte nicht. Warte nicht. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Einfach nochmal hier. Das gibt es nicht. Du hast mich runtergepackt. Aber gehen. Nein. Ich weiß. Fünf. Hä? Moment mal. Wie kommt man da hin? Ah, ich weiß wie. Ich auch. Ich kaufe nicht. So, Blue Spades. Drei Coins. Die schmecken. Oh, ne Fünf. Ich lande. Auf jeden Fall plus drei Coins. Die schmecken ebenfalls. Ja. Darmes und Nuggets. Die Big Bless. Jetzt verkackt zu. Ja, jetzt könnte der Wald, dass deine Farbe Pech bringt. Da und ich gelb. Ha. Gelb? Ja. Er ist explodiert. Er ist explodiert. Hallo. Ein Eins. Ja. Wie schön, ey. Hier geht es ja um, hier geht es ja um Schweine zu angeln, ne? Ja. Warum kann ich da nicht dich angeln? Alter. Junge, ich habe fettes Schweine. Die fette Rindfee, Alter. Nee, ich habe ein anderes. Ich habe zwei Babyschweine. Ich habe zwei Babyschweine. Nein. Das war so knapp. Trotzdem, hier gibt es keine Verlierer. Ich habe zwei Babyschweine. Ja. Ja, ich. Autsch. Offenbar. Doch, für jemanden schon. Ja, für mich auch. Ja, guck. Sag nicht sofort das. Ich mache alles nach, ne? World Call. Geh weg. Du darfst nicht zählen. Du darfst nicht zählen. Du darfst nicht zählen. Eins. Was passiert denn hier? Ach so. Ah. Guck mal. Schau wieder. Alter, Mann. Nee, ich habe nichts zum Essen. Haha. Mauerfeld, ich komme auf dem selben Feld, ne? Auch bei dir gibt es was zum Essen. Mal gucken, was du verlierst. Was? Als ob das... Ach, schon wieder. Ja, egal. Das kann ich gleich wieder. Nein. Ach, scheiße. So weiß. Dann kommt jetzt das Rote. Ich bin so weit hinten. Ich bin so weit hinten. Ich bin so weit hinten. Hilfe, 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 Hilfe. Ähm. Bist du mal rot, ne? Hast du auch schon grün? So, noch rot. Ich habe weiß genommen, du Idiot. Warum nennst du mich jetzt Idiot, wenn du einen Fehler gemacht hast? Ja, letzte Farbe, letzte Farbe. Komm, 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 komm. Speedrun, Speedrun. Wie macht man die? Habt's? Nein! Nein, nein, nein. Ich habe... Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Ja! Shit! Jawohl, das war so knapp. Ja. Endlich mal ein Sterben für mich. Endlich mal ein Sterben für mich. Das ist der erste. Scheiße, ey. Modern Ground. Na, fuck. Immerhin das Schlechteste. Immerhin das Schlechteste. Ach komm, nee. Immerhin das Schlechteste, ne? Weiter geht's, weiter geht's. Eins, zwei, drei. Ja, wo gehst du hin? Ja, natürlich nach unten. Es macht doch keinen Sinn, Skelettenkirze einzusetzen. Ganz im Ernst. Hm. Plus drei Coins. Aha. So. 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 Yo, du warst... Oh mein Gott. Das war so knapp. Das war 10 Millisekundenunterschied. Was? Das kostet 5 Coins. Ja. Genau. Als ob das mich schon betrug. Genau. Und 20 Coins. Das heißt, 4 neue Sterne, die ich mir leisten kann. Und jetzt sehen auch noch... Das kriegst du alles zurück, ne? Wenn du jetzt dieses Spiel gewinnst, ne? Dann kriegst du alles zurück. Ja. In braun und Würstchenform. In braun und Würstchenform. Yo. Och, ne. Ja, schon ist es angekommen. Okay, war eher rot und Würstchenform, aber egal. Schon ist es angekommen. Ja, genau. Ja, Chance Time. Wichtig, wichtig, wichtig. Bitte nur Coins. Du willst mich doch verarschen. Ja, egal. So. Achso. Licht, ich bin... Ich bin Spieler 2. Ich bin Spieler 2. Stimmt. Hab ich komplett vergessen. Nein, du hast 3. Du hast 6. Hast du eine Fransche-Anfrage bekommen? Hä? Hä? Wieso? Woher? Hä? Woher war es? Hast du... Hä? Bist du gerade live? Ne, bin ich live. Ich hab aber auch eine bekommen. Wer hat den Punkten? Nein! 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 Ja! Ja, komm! Lauf ab, läuf ab, läuf ab, läuf ab! Ja! Flutsch dich doch einfach nur, Alter! Nee! 3, 2, 1, Ablaufeld! Das Feld ist besoffen. Hehe. Was? Nein! Das hast du nicht gemacht. Ich lande... Ich lande auf... Ich lande auf Bowser. Ach, das ist für... Mich... Ich hab's noch geholfen, ne? Mhm. Du hast dir ja geholfen. Komm. Wir haben einfach beide 49. Nein! Haha. Oh Gott! Ja, okay. Ich hasse dich nicht. Puh. Und wieder Coins verlieren. Verdient! Bin ich ganz ehrlich, verdient. Verdient. Haha! Entschuldige... Ich geh jetzt nicht nach oben... Bin ich doof oder was? Jetzt kannst du das... Wie viele Runden haben wir noch? Ähm... Es ist machbar. Mhm. Blind Short! Ach, ein Aiden-Game, hä? Soll mich hier wegbewegen, lieber? Das hat nichts gebracht. Auf gar keinen Fall. 3, 2, 1 und blau. 3, 2, 1 und blau. Bakao, ja. Mit Kakao. Blau mit Kakao. Ja, weißt du, ich bin eh reich, von daher. Ich bin eh reich. Du musst nach rechts gehen. Hahaha, sehr lustig. Ich weiß, ich bin ein Troller. Horseways. Fair to run, ne? Fair, horseways. Fair to run. So einen alten, äh, wie so einen Callboy, Rennen. Fair to run, Alter. Schau mal, Discord hat das Spiel geschrieben. Was hat Shaspi angestellt? Oh mein Gott, war es knapp, ey. Oh Gott, war es knapp, äh, klapp, klapp. War es knapp. Gott. Oh, ein paar Coins. Von Novia? Hm. Ey, nee, ich habe erst... Ich habe erst... Keine Ahnung. Wo ist Shaspi nach Morgas? Shaspi, schreib mir. Was. Ist. Äh, ist. Wurde es gleich auf jeden Fall schneiden, irgendwann, vielleicht morgen oder später. Shaspi. Ich check nicht, was er will. Auf mein Discord schreibt er. So, ist die, die ist die finale Runde. Ja, die finale Runde, meine Damen und Herren, und das dritte, drittes Geschlecht. Schau mal, die M. Gott, Aster. Happening. I guess not. Do you have something tasty to eat? I guess not. Hallo. Ab in die Ecke mit dir. Nicht starten. Noch nicht starten. Ich glaube, ich möchte irgendwas Wichtiges sagen. Noch eben nicht starten, okay. Was hat's? Warte mal. Schau mal, die M. Was ist im DM? Äh? Auf einmal trollt er ja nur. Was meinst du mit DM überhaupt? Direktmessage? Ja, 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 aber er hat mir keine Direktnachricht geschickt. Die Direktnachricht wurde nicht angenommen. Craft the Spectrum Item as fast you, Warte mal. Craft the Spectrum Item as fast as you can. Check your Recypid box for items you need. Ja. Was? Hast du vielleicht zugehört? Ja. Nick einfach nur. Da haben wir wieder starten können. Craft the Spectrum Item as fast as you can. Okay. Ja, wow. Also. Ja, das ist einfach, ne? Wo ist denn hier Wolle? Wo ist denn hier Wolle? Auf jeden Fall bräuchte ich gerade den Tablet. Ah, okay. Okay. Oh. Soll ich dir etwas beichten? Was? Ich habe die ganze Zeit etwas angehabt. Boom. Zas, spiel jetzt endlich. Wie kann ich in deine Welt reinkommen? Sorry, ich habe ein Account geschrieben. Das ist immer mein Stern. Ähm. Das ist immer mein Stern. Ja, du hast gewonnen. Ich immer, äh, Happening Star, wie immer. Tja, Moffleys. Dein Account war nicht immer etwas moffig. Kann das sein? Der Account, deine Spielweise war ein bisschen moffig. Ach, Tilt-End-O-U-Art. Das ist ein Superstar. Und dann würde ich mal sagen. Das war's. Ja, lasst ein Like und ein Abo. Auf jeden Fall. Für die nächste Folge. Check unbedingt mein Discord ab. Oder beziehungsweise auch, wenn er ein Discord hat, sein Discord. Es ist beide in Comment, in Beschreibung. Da würde ich sagen. Verlinkt. Verlinkt. Genau. Da würde ich sagen. Tschö. Haut rein. Mit Flö. Tschö mit Flö. Aber ohne Flö. Tschö mit Flö.